Eure Wunsch ist mir der Befehl. So. Jawohl. Natürlich. Es sei. Mit Freuden, Sidi. Mit Vergnügen. Bots, Mecca und Medina, natürlich. Schaut in die Ferne. Es sei. Bots, Mecca und Medina, natürlich. Schaut in die Ferne. Ich werde mich da... Also wir wissen von Leuten hier hinten. Wir wissen, da unten geht es nach Banditentown. So seid es. Aber sicher doch. Mit Freuden, Sidi. Mit Freuden, Sidi. Mit Freuden, Sidi. Es sei. Seht durch mein Fernglas. Eure Wunsch ist mir der Befehl. Noch wollen nicht mit uns reden. In Ordnung. Seht durch mein Fernglas. Mit Freuden, Sidi. Also folgendes, Leute. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Zahltag. Bei Mohammed. Es sei. Gehen wir ein bisschen weiter spazieren. Und machen wir ein bisschen Vorarbeit. Hier unten haben wir Eisenhaufen. Weil ihr generiert die Eisenhaufen, geht auf die Lehmhaufen hier hinten. Vormaterial. Einmal eine Heilung reindrücken. Die Nahkämpfer haben zumindest gut gelitten. Die Bogenschütze sind ein Problem. Zahle muss die ganzen Nahkämpfer weglocken. Da können unsere Nahkämpfer die Bogenschützen weg töten. Bei Mohammed. Es sei. Ich werde mich darum sorgen. Beim Kalifen. Pots, Mecca und Medina. Schön nach unten locken. Was ist falsch mit euch, Leute? Ich werde mich darum sorgen. Beim Kalifen. Und warum bleibt schon jemand von euch stehen? Ich glaub's ja nicht. Zum Glück haben die Bogenschützen keine so hohe Reichweite. Und zum Glück sind es einfach nur glorifizierte Langbogenschützen, die keine Technologien abbekommen können. So sei es. Ich werde mich darum sorgen. Beim Kalifen. Salm stirbt. Ich werde mich darum sorgen. Okay. Müssen neu laden. Da hab ich verkackt. Da hab ich auf Salm nicht richtig aufgepasst. Und er hat zu viel von den Schützen abbekommen. Die Schwerden, die unsere Nahkämpfer müssen in der Nähe sein. Ansonsten. Ich hab nicht. Ich hatte gedacht, die könnten hier oben runter. Warum haben die sich gekonnt? War das wirklich zu viel verlangt? Ich werde mich darum sorgen. Beim Kalifen. Es ist unnötig? Absolut. Komplett. 100%. Unnötigste vom Unnötigen. Aber es ist, was wir tun wollen. Aber sicher doch. Es sollte einen verwendbaren Trick geben. Wenn wir das hier tun. Die Banditen damit aufdecken. Müssen wir näher rangehen. Die Kalle muss schon mal rüber. Wir müssen direkt in die Burgen schützen. Wo auch immer sie gerade sein mögen. Äh. Ist noch nicht gut zusammengeklastert. Jawohl. Sieht durch mein Fernglas. Stopp. Okay. Jetzt kommen sie uns entgegen. Hier gibt's jetzt nix mehr. Wir haben alles abgebaut. Der Tag der Abrechnung. Da. Steuern und Sold werden gezahlt. Feinde haben einen Held attackiert. Piff. Laufen. Laufen. Tötet sie. So seid es. Ja. Sidi. Ich werde mich darum sorgen. Beim Kalifen. Beim Mohammed. Salam darf sie nicht zu lange aushalten müssen. Wir müssen den Nacken verschönen nach da hinten wegkriegen. Und ihr müsst unbedingt die Schütze töten. Solange wir auf Salam schießen. Salam ist zu lange von dem Nackenfang angegriffen worden. Nina natürlich. Mit Freuden. Mit Freuden. Nein. Okay. Haben schon verkackt. Und ich hätte vorher speichern müssen. Ihr werdet angegriffen. Haben jetzt schon verkackt. Vor allem darf er halt nicht einmal im Pulk stehen bleiben. Wenn die auf ihn einmal einschlagen, dann stirbt er einfach sofort weg. Nicht hilfreich. Oh Gott. Ich vergesse immer wieder im Voraus zu speichern. Ja. Ich weiß. Wir könnten einen Haufen Sperrträger ausbilden. Und ganz vor allem ermorden. Aber. Aber ich will nicht. Ja. Ich werde mich darum sorgen. Beim Kalifen. Weil sie fallen nicht in Bogenschützen wegsterben. Bei Mohammed. Es sei. Für euch doch immer. Ich glaube wir müssen die Falle ein bisschen besser aufbewahren. Bis wir die Bogenschützen an einem guten Punkt zusammen haben. So. Jetzt quick save. Damit ich nicht immer wieder von ganz oben rennen muss. Ich weiß. Das ist gerade unglaublich gehässig. Und unnötig. Und. Hat wahrscheinlich nur einen zu vernachlässigen taktischen Vorteil. Aber. Ich will es. Wenn die Bogenschützen direkt nachspawnen. Dann haben wir so Pech. Aber wenn wir nur die Hauptmänner übrig lassen. Sollte das gar kein Problem sein. Letztendlich müssen wir einfach nämlich die Türme loswerden. Während die Nahkämpfer gekaltet werden. Sieht her. Es sei. Schaut in die Ferne. Ich werde mich darum sorgen. Beim Kalifen. So. Jetzt nochmal ein Quick Save. Und jetzt. Läuft das bestimmt alles. Wir laufen mit Salmen durch. Zerren die Bogenschützen in eine schöne Position. Sprengen die in die Luft. Und rennen dann schreiend im Kreis. Die ganze Zeit über. Unsere Leib-Eigenen zu dessen kümmern sich ein bisschen um Ressourcen. Die Bogenschütze sind jetzt geklastert. Besser wird es glaube ich nicht. Hat trotzdem nur einen jeweils erwischt. Also rennen wir durch. Da sind die Nahkämpfer umgedreht. Zurück. Mit denen befasst ihr euch gar nicht erst. Wir müssen eine weitere Falle für die Bogenschützen einsetzen. Das Fall muss weiterlaufen. Jetzt gerade darf er den Bogenschützen einfach nicht zum Schießen kommen lassen. Das heißt er muss in Bewegung bleiben. Sonst wehren die sich irgendwann. Bei Mohammed. Es sei. Mit Freuden. Ich tue mit Allas Hilfe mein Bestes. Ich werde mich darum sorgen. So. Die Heilung benutze ich jetzt gerade nicht. Weil es Harlem sich ohnehin regenerieren kann. Ja Sidi. Ich werde mich darum sorgen. Beim Kalifen. Ich werde mich darum sorgen. Und das ist ein Notfall. Das ist ein Notfallknopf. Wenn die Bogenschützen gerade zu. Zu ruppig spielen. So sei es. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich werde mich darum sorgen. Beim Kalifen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn. Warum rennt der Bogenschütze nach da oben hin? Es sei. Bots, Mecca und Medina. Natürlich. Jetzt drehen die da hinten schon wieder um. Bots, Mecca und Medina. Können nicht zusammenbleiben Leute. Ich tue mit Allas Hilfe mein Bestes. Ich werde mich darum sorgen. Bleibe ich's. Wir haben hier hinten Haufen. Die Bogenschützen. Okay. Bei denen funktioniert's langsam. Du gehst nicht zu nah ran. Ansonsten kriegst du auch's Maul. Salem. Nicht stehen bleiben. Das ist, was ich die Bogenschützen gerade haben möchte. Aber der Fall ist noch nicht bereit. Warum, Salem? Ich hab dich hier lang geschickt. Und du denkst dir, okay, geh ich oben rum. Du darfst die Bogenschützen nicht schießen lassen. Du musst laufen. Außer der, genau außerhalb von denen Reichweite bleiben, damit sie sich bewegen, ansatz zu schießen. Denn wenn die schießen, dann treffen sie. Ob du in Reichweite bist oder nicht, spielt dann keine Rolle. Quicksave. Wir kriegen das hin. Aus keinem anderen Grund, als dass ich damit angeben möchte. Und wie gesagt, wenn die Bogenschützen tot sind, haben wir recht freie Hand. Mit Freuden. Ein Held ist in großer Gefahr. Mit Freuden. Dann kannst du die alle runter ausdänen. Jetzt rüber. Botz, Mekka und Medina, natürlich. Botz, Mekka und Medina, natürlich. Das kann kein Ungläubiger besser. Fürchtet die Wunsch nicht länger. Ich will nicht darum sorgen. Das war eine gute Falle. Hat die Bogenschützen stark geschwächt. Eure Wunsch ist mir befehlt. Noch so eine Falle und die Bogenschützen sind praktisch in Wert los. Ich tue mit Allas Hilfe mein Bestes. Botz, Mekka und Medina, natürlich. Denn die 10 schaden alle paar Minuten. Da regen ihre Zahlen nämlich eiskalt gegen. Ich würde jetzt mit den Nachkämpfern gerne da reinrennen. Aber die würden hier sofort umdrehen. Und verhindern, dass die Zahl in der Lage ist, sich vernünftig unter Kontrolle zu halten. So. Quick Save. Ah, da sind schon die Nahkämpfer. Ich weiß nicht, wo ich Salem halten kann. Ich glaube, jetzt hat er so viel Schaden an den Schützen gemacht, dass die Schützen ihn nicht sofort ermorden können. Wenn er hier im Kreis rennt. Vielleicht schaffen unsere Schwerter es dementsprechend, dann diese Schützen zu ermorden. und uns so ein bisschen Spielraum zu verschaffen. Oh, da sind doch die Nahkämpfer gewesen. Solange niemand von denen umdreht, ist das in Ordnung. Tötet sie, tötet sie, tötet sie, tötet sie, tötet sie, tötet sie. Schnell, schnell, schnell. Sie sind umgedreht. Dann sterbt halt. Tötet die Bogenschützen. Und danach könnt ihr euch zurückziehen. Der Rest ist mir egal. Tötet euch zurück. So, Salem kann den Rest Solo machen. Oh, ich kann dich sowieso nicht nachfrischen. Insofern, ist es in Ordnung. Wirklich, die lassen nicht ab? Haben die keinen festen Aktionsradius oder sowas, mit dem sie arbeiten? Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifen. Ich werde mich darum sorgen. Was tun die da? Okay, schleppt sie runter. Angriff! Feinde greifen euch an. Das Ganze kann natürlich nur dann funktionieren, wenn die Leute auch unter Salem herrennen. Ja, sie sind mit Freude, sie sind. Mit Freude, sie sind. Und nicht hinter irgendwelchen stinkenden Hauptmännern. Das war mein Bestes. Lasst ab, Greifzahlemann. Das ist, was sie sehen will. Ihr zieht weiter. Mit Freude, sie sind. Da werden sie schauen, die Schakale. Eine eurer Helden steckten Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Mit Freude, sie sind. Ja, sie sind. Okay, lauf weiter. Vergesst das. Da haben sich ein paar Leute mehr als anders überlegt. Nur wenn die vereinzelt kommen, könnt ihr sie so ermorden. Zumindest scheint es aber, dass der Feind nicht respawnt. Das ist schon viel wert. Was kann ich für euch tun? Sie sind die Forzen, Mecca und Medina. Komm, wechselt euer Ziel auf den Helden. Der Held kann es ab. Ich werde mich darum sorgen. Kommt ihr wohl hier rüber. Mit Freude, sie sind. So seid es. Ich tue mit Allas Hilfe mein Bestes. Fürchtet die Wunden nicht länger. Ich werde mich darum sorgen. Beim Kalifern. Den kriegt der Platz. Das ist ein Speerträger gegen Schwertkämpfer. Natürlich. Bei Mohammed. Es sei. Okay, wir verlieren sofort einen Mann. Bei Mohammed. Es sei. Und die, die lassen aber auch nicht ab. Bots, Mecca und Medina. Natürlich. Schaut in die Ferne. Die wollen aber auch nicht loslassen. So seid es. Und die wechseln ihre Ziele scheinbar willkürlich. Die locken nicht auf eine Sache ein. Das macht die unglaublich unberechenbar. Natürlich kein so großes Problem, wenn wir die ganze Gruppe noch hätten. Aber sind da bei den Bogenschützen draufgegangen. Weil ich da ein bisschen zu gierig war, was Zeit angänge. Lässt du wohl los, Mann. Angriff! Hallo, Akbar! Zieh sie woanders lang. So. Jetzt spalten sie sich schon in 10.000 Richtungen auf. Nicht, was man versucht zu erreichen, wenn man die Gegner in der Gegend rumkaitert. Man möchte sie schön an einem einzigen Platz haben, damit eventuelle Flächenschäden wirklich semmeln dürfen. den wir jetzt gerade versuchen, zusammenzuziehen. Da zum Beispiel. Und eine Heilung rein. Ich würde gerne einen von denen töten, wenn ich darf. Aber da kommt es halt nicht wirklich durch. Wenn du ihn aber schwach hältst, dann ist das in Ordnung. Jetzt möchte ich, dass sie sich aufteilen. Denn wenn sie sich jetzt irgendwie aufteilen und versplidern, dann können wir die Stück für Stück töten. Und jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, wo Fallen nicht mehr so viel machen werden, weil Fallen die Hintermänner gut wegschnetzeln, aber die Hauptmänner recht kalt lassen. Hier gibt es Schwefel und Eisen. Ein paar Hintermänner gibt es wohl Speerträger noch. Und Mecca und Medina, natürlich. Ich würde mich darum sorgen, beim Kalil. Einfach nur, weil Fahrt zur Hölle. Äh, nein. Toten. Da hinten ist noch ein Lehmhaufen. Mach den weg. Ich probiere, ob ich jetzt in der Lage bin, unsere Hauptmänner irgendwie wieder mitspielen zu lassen. Ich weiß, wir müssen jetzt eigentlich nicht das komplette Banditenlager ausradieren, auf die Art und Weise. Aber ich will. Wir müssen die Hauptmänner alle ermorden. Und dann kann ich es gleich wieder heilen. Das ist gut. Sollte er, so denke ich, an diesem Punkt auch machen. Einfach damit das wieder auf Cooldown ist und sofort wieder heilen kann. Oder möglichst schnell wieder heilen kann. Ja, da darf man jetzt da stehen bleiben. So, der Sperrträger hinten, der ist deiner. Okay, den da. Den schlagt ihr tot. Das ist eins gegen zwei. Das gewinnt ihr. Solange die nicht umdrehen, gewinnt ihr den. Und zwar ohne, dass einer von euch beiden stirbt. Sehr gut. Immer die vereinzelten Leute rausreißen, töten. Entschuldigung, nebenbei um die Zelte. Sehr schön. Ah, zwei hintermänner leben noch. Okay, einer dreht um. Nein, einer hat sich das mit dem Umdrehen nochmal anders überlegt. Hinten haben wir zwei. Beide drehen um. Einer davon ist ein Sperrträger. Das könnte knapp werden. Dann müssen wir jetzt auf zwei Fronten drauf gucken. Ein bisschen doppelt schielen. Du läufst. Jetzt schlag auf den ein. So, wir müssen halt dafür sorgen, dass er sich ein anderes Ziel sucht. Vor allem braucht die Heilung jetzt wieder. Wer ist tot? Nächstes. Nein, macht das Zeltwerk kaputt. Ihr müsst euch ein bisschen regenerieren, ehe wir... Wo rennst du lang, Junge? Es sei. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich werde mich darum sorgen. Beim Kalifern... So, die müssen ich ein bisschen regenerieren, bevor der nächste wieder abspaltet. Quick Save. Genauso wollte ich das haben. Ich hätte es am liebsten gehabt, wenn die Hintermänner noch am Leben wären. Dann wäre es nämlich gar kein Problem gewesen. Aber die Bogenschützen mussten schnell sterben und ich denke, dafür ist das Opfer es wert gewesen. Die Hauptmänner sind letztendlich alles, was wir wirklich brauchen. Denn die Hintermännerfeinde konnten wir so schon ganz gut töten. Nur die Bogenschützen mussten halt vorher weichen. Zu zweit das Zelt. Da hinten kommt ein Kollege. Den wollt ihr. Wo rennst du da hinten lang, Freund? Schön brav bei Papa Salem bleiben. Wir müssen auch mal dafür sorgen, dass der Stärkere der ist, der angegriffen wird. Damit der andere sich wieder ein bisschen regenerieren kann. Ich tue mit Allas Hilfe mein Bestes. Ich tue mit Allas Hilfe mein Bestes. So sei es. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Mit Freuden, Sidi. Mit Freuden, Sidi. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Ich werde mich darum sorgen... Salem braucht bald wieder eine Heilung. Ihm geht es schon nicht mehr so gut. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Nein, Salem, Lauf. Mit Freuden, Sidi. Mit Freuden, Sidi. Es sei. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Ich tue mit Allas Hilfe mein Bestes. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Ich tue mit Allas Hilfe mein Bestes. Es ist gleich wieder Heilungszeit. So sei es. So sei es. Es sei. Feinde haben einen Held attackiert. Es sei. Es sei. Ja, Sidi. Da werden sie schauen, die Schakale. Ha, 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 ha. Piff. Das waren die Hintermänner. Eine Heilung. Bei Mohammed. Es sei. Mit Freuden. Es sei. Es ist wirklich gern, dass sich hier wieder jemand abspaltet. Wir haben immer wieder Zeit. Aber nicht zu viele. Eine Person würde mir reichen. Ja, Sidi. Es sei. Okay, gut. Dann gebt ihr den Rest raus. Der da ist euer. Es sei. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ihr werdet angegriffen. Es sei. Und irgendwann kann es halt und die ganzen Hauptmänner selbst töten gehen. Jetzt gerade noch nicht, weil er nicht im besten Zustand ist. Aber irgendwann. Deshalb bleibt wieder in Bewegung. Ihr geht wieder das nächste Zelt zerstören. Da sind ein paar zu viele, die noch am rumüberlegen sind. Ich möchte, dass der da hinten sich jetzt gleich noch am überlegen geht. Duda, überleg sie nochmal anders. Mit Freuden sind. Wir ziehen gerade die Horde weg. Ihr geht ihn holen. Es sei. Er hat den Fehler gemacht, sich zu trennen. Tötet ihn. Wir gehen auf Patrouille. Euer Wunsch ist mir Befehl. Eine eurer Helden steckten Schwierigkeiten. Freunde greifen ihn an. Ja, Sidi. Mit Freuden sind. Ich tue mit Allah's Hilfe. So. Und je mehr wir töten, desto einfacher wird es an dem Punkt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Dann geht einmal hinten außen rum. Und geht das Zelt niederbrennen. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir entzahlen weiter mit den Leuten, die das Winterwunderland... Oder nicht das... In dem Fall ist es ein Sommerwunderland. Wir spazieren durch das Sommerwunderland. Hat leider nicht diese schöne Alterationen drin. Ich tue mit Allah's Hilfe mein Bestes sein. Okay, wir gehen weg. Der, das ist noch nächstes Ziel. Der hat es... Der traut sich alleine, unterwegs zu sein. Ich werde mich darum sorgen, beim Kalifern. Mit Freuden, Sidi. Bots, Mekka und Medina, natürlich. Ihr werdet angegriffen. Euer Wunsch ist mir Befehl. So, zum nächsten Zelt. Wir gehen hier ein bisschen weiter. Der ist unser nächstes Ziel. Und es wird einfach immer einfach, die auszupicken. Aber letzten Endes möchte ich, glaube ich, dass ein Hauptmann am Leben bleibt. Einfach auf der Basis des Prinzips. Auch, glaube ich, nicht, dass wir die Falle gerade wirklich nutzen können. Ah, sind wieder alle mitgekommen. Wir können die Falle nutzen, wenn wir jetzt einfach komplett angreifen. Die Leute direkt wegsprengen. Damit wir direkt schon Leute schwächen können. Und dann fokussiert immer einen runter. Wenn sie auf Salen draufschlagen. Dann auf den. Du da. Krieg mal lieber keinen ab. Geh lieber spazieren. Du Junge, geh auch mal spazieren. Okay, von mir aus. Greif die Motte an. Du bleibst mit Bewegung. Aber greifst mir das Zelt an von mir aus. Salen schlägt den hier oben tot. Der hier geht jetzt mit dem anderen spazieren. Salen ist besser gegen Gebäude als diese Leute hier. Deswegen können von mir aus der hier das Kite jetzt gerade übernehmen. Angreif! Hallo Akbar! Angreif! So. Von mir aus Leute auf Salen einschlagen. Hier kümmern wir euch um die Motte. Dann um das Zelt. Dann um die Motte. Und dann um den. Ich hab halt die Sorge, dass wenn wir den töten, die ganze Horde respawnt. Und das Risiko müssen wir nicht eingehen. Salen kann sich, wenn es zu eng wird, ein bisschen heilen. Oder einfach spazieren gehen. Insofern mach ich mir jetzt gerade keine Sorgen, was das angeht. Speichern. Weil das unnötig unnötig war. Aber hat Spaß gemacht. Oh, die sind übernommen. Oh. Nein, nein. Das sind nicht. Das sind unsere gewesen. Stimmt. Wir hätten jetzt die Leute hier aus Versehen schon übernommen. Tag schon mal ein paar Bäume. An diesem Punkt wird es jetzt nicht lange dauern. Also kann Gruppe Null schon mal das Dorf zu drum bauen gehen. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten ähm äh Lichtung und habe Holz gefällt. So nämlich über die Brücke wird wenn wir angegriffen werden nehme ich an oder von wo das wissen wir noch nicht. Geht ihr mal mit Holzhacken und lasst den hier alleine bauen damit wir noch ein bisschen mehr Zeit hier rausziehen können wo die Motto Schaden bekommt. So Ich möchte dass die Motto vorher weg ist. Wenn wir hier die Falle hinsetzen dann kriegt die Motto nebenbei noch ein bisschen Schaden von der Falle. Der Typ stirbt aber nicht dadurch. So ein bisschen proletaral Explosionsschaden mitnehmen. Machen wir es anders. Die ziehen wir ab. Das lassen wir stehen. Den lassen wir stehen. Und ich speichere hier und denke ich in der Aufnahmenpause ein die ich einlegen muss obwohl ich nicht will. Nicht dass ich gleich irgendwelche Quests kaputt mache. Gehe ich davon aus das Töten der Banditen und das Zerstören der Motto wird was auch immer der Einsiedler von uns will. Ein Trigger sein. Und ich muss es nicht kaputt machen. Das heißt wir zerstören die Motto dann gleich direkt nachdem wir mit dem Einsiedler gesprochen haben. Nachdem wir das Dorfzentrum gebaut haben und der Timer losgegangen ist. So haben wir das Maximum Effizienz rausgeholt und es da rausholen können. Nun gut. Schauen wir mal. Vier Gebäude ein Bauernhof zwei Wohnhäuser und ein Arbeitsplatz. Zur Höchstzeit alles verschwunden. Ein Soldat hatten wir zur Höchstzeit. Das ist der Kundschafter. Die anderen zählen nicht als Soldaten. Gut zu wissen. Lehm Eisen Thaler Schein Schwefel Holz Sechs Gebäude zerstört. Keines verloren. 86 Leute erledigt und acht verloren. Und in der nächsten Aufnahme wird wahrscheinlich dann Michael Demorficier seinen Angriff starten weil wir in sein Land gegangen sind. Um hier zu siedeln. Hat einfach keinen Sinn für Humor der Junge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen wünsche euch allen viel Spaß und Cheerio.